Sind das zwei Pferde? Okay, da laufe ich trotzdem gleich schnell hin. Das sind zwei Pferde. Oder? Bin ich bescheuert? Da stehen zwei Pferde. Da stehen zwei Pferde? Was ist denn hier los? Da standen zwei Pferde. Das ist gerade einfach vor meinem Auge gestorben. Das sagt sich mal kurz, da kommt ein 150 Kilo Duisburger. Mein Leben war schön genug, dann klappe ich mal kurz weg. Gut, dann bist du jetzt mein Pferd.